Unleash the peace Und ich mach kein Damage, Alter. Ich mach null Damage. Null. Kurva Der Bastion, der hat mich einfach mal so müllflockig aus dem Leben geklopft Das ist ein Bastion Ich muss wieder zu meinem Team stoßen Aber mein Roboter will stoßen Ich hab ne geile Laserwumme Ich mach aber kein Damage, Alter Ich brauch Gold Alles klar, ich kann mich healen. Muss geht Nee, geht mal Hab ich Ich mach nur keinen Schaden, Alter. Dann ärzt mich so ein bisschen Boah Ich empfehle dringend, hinter meiner Barrieren zu bleiben Na? Ach so, dann ist ein Heal, ne? Ich hab mal meine Heal-Kugel da in die Gegner rein geballert Ja Ich weiß nur nicht, so Jetzt wird's massiv Jetzt ist massiv Bastion ist tot, oder was? Ja, hab ich gekillt Okay, okay Also Bastion ist tot, oder was geht? Uh, Ult ist ready Bei mir Boah, hier Wo bist du? Da vorne Oh Hinter der Barriere Hinter der Barriere Umkämpft Jungs Achtung hinter uns Achtung hinter uns Oben, Bastion Best Best Okay, ich hab einen Da oben am anderen Ende Ich bin tot Ich hab gar keine Ahnung, wie viele Kills ich gemacht hab, ne? Oh, 3-2 Ich steh positiv, Jungs Stay positive Äh, ich hab meine Ult Keine Ahnung, was die macht, aber Ich hab sie Macht die Damage, oder ist sie support-mäßig? Drücke auf 1 Was? Ich hab immer Grenze von hinten Dealer Wow, ich bin schon wieder tot wegen dem Bastion Aber du hast gesagt alt Genschi heal 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 Ich kann nichts sehen bei alt Waaat Installierter Updates Nur weil du CTP hat, ne? Ich kann auf alt nichts sehen Ja, Reine, 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 Reine Ach, keine Ahnung, Alter Ich renne jetzt rein und mache die Q, alter Scheiß drauf F1 hab ich gesagt F1 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 ja scheißegal ich benutze jetzt einfach jetzt kann ich gucken f1 der revolver hält schaden alles klar ich kann damit euren schaden verstärken müssen wir denn hier sein oder wie ist das keine ahnung ich benutze jetzt einfach ich bin tot okay das steht am auto macht mal der mädchen raus und tot und neul da war ein champ der was er macht sie unsiebbar welcher champ ist das sombra 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 school gehe ich an das spiel will ich gleich spielen da ist ein panzer er dieser bastion ficker der übel auf mich abgesehen der geht nur auf mich die dumme warte ab alter werde ich werde ich dem werde ich bald ich bin auch ich bin auch euer schick ich habe immer so 10 ap nur einen angriff alter wie ich dem jetzt mal eben fast 150 schuss gegeben haben wir uns ja einfach nicht gestorben ist aber da ist schon wieder so ein bastion ich halte ich halte ich halte ich halte ich halte ich halte gut wenn du halte bist dann nein bleib halte bleib halte wir haben zu wenig halte ja oder geht her dann ist das schon mal ganz gut okay damit ich bin der einzige die halte sind gegenseitig bei dir vier ulti war gut von dir aber ich bin trotzdem nicht genutzt ich habe meine ult und ich kann damit ich mache ich bin nötig ich wurde gehackt hier tanzen gerade drei stück vor mir rum 7 6 alter steht immer noch positiv das geht aber die sind ein bisschen ich bin reinhardt jetzt wird reingeharrt ich will immer auf schiff trennen der rote verprügel den jungen der vier hits von mir kassiert alter und erlebt immer noch ein fettes schwein das man die stunde hat geschlagen war der kauf war wir müssen auf den punkt der sucht zumindest noch heftig ich hab ge alter Ich raff da nicht, so ganz Schüsse ausgallen Hä? Das war schon was Ente oder was? WTF? Alles klar, erste Lose Jungs, was geht? Finn, was ist das denn? Das sieht ja schön aus Tilon Tilon Der hat ja voll den geilen Skin, Alter Benutzt doch Guck mal damit Ach, was? Danach ist die Armee noch gestorben Hätte ich jetzt auch gesagt Alles klar, Jungs Ich würd sagen, das war die erste Folge Danke für diese Auszeichen Obwohl, 8 Minuten Na komm, ich mach die nächste auch noch rein Und dann schneid ich dann mal zusammen so'n bisschen Das ist ja fleißig Hammer Ja, Sombro, ne? Sombro, Alter Oh, Hammer Die macht sich unsichtbar, die Die Tanze Ja, mit Shift Und je Und was macht die eh? Äh, die hackt damit irgendwas Also Rechtsklick Achso Rechtsklick ist hacken, was hab ich vom hacken? Äh, du, die können sich nicht mehr heilen, die können Pflichtgarten Nicht mehr einsetzen und sind allgemein schwächer Also quasi ein Silence Oder irgendwas so hat Was mach ich bei der E? Äh, E ist Ähm, Teleporter Kannst du den Teleporter hinlegen und dann kannst du den Aktivern, wann du willst Ja, die wirft dann irgendwo hin Um die nächsten Um die bisschen Da, wo der Landesskarte sich hintworten Alles klar Musst er dann wieder aktivieren, ne? Okay 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 Alles klar Ich hab's geholfen, glaube ich Bin sofort wieder da Ich bin sofort wieder da Ich bin sofort wieder da Bis später Sie ist russin, Alter Bin sofort wieder da, Brillett Zwei Alles klar, okay, ich weiß wo ich bin Ich hab mehr was mit dem russenmärm Let's go Ich geh gleich engage von innen Ja, übrigens Elea, du müsstest immer scharf machen Ja, das ist sowieso schlimm Aber danke Ich hab schon fast einen Kill Das ist ja schlimmer als ich Du bist einfach alle hier drin gestellt Ich hab einen Und schwupps, weg war sie VKG ist tot Geschützt den Punkt Punkt, Punkt Ja, weil alle hier sind Ja Hab sie Oh lol, ich bin tot Dammit Oh lol, ein Kill nur WTF Da steht dauernd immer Eliminiert, eliminiert, eliminiert Dies, das, Ananas Aber ich hab nur ein Kill Oh manches Ananas Ananas Seid ihr irgendwie nicht auf dem Punkt Bitte Ne, ich bin gerade weg Ich bin nicht auf dem Punkt Okay, ich bin Dad Die alte ist Kacke Hallo Vater Irgendwie ist die alte Kacke Deswegen wird sie auch nie gespielt Deswegen wird sie nie gespielt Deswegen wird sie nie gespielt Ja, deswegen wird sie nie gespielt Okay Weil die Kacke ist Und macht meine Ult Keine schwere, verwundete Gegner Durch Wände erkennen Ne, das ist Passive Oder? Klar, ultimativ Pack Und Gegner und zerstöcken Innerische Schilder Und die Barriere Und um dich herum Oh lol, das sind nur voll die Supporterinnen Alter Deswegen mach ich kein Damage Oder was? Oh lol, kommt der Genji, alter Der poppt dich sofort instant weg, alter Ähm Ich spiel die jetzt mal, alter Keine Ahnung, was das ist Die Anna Kiegt auch Aha, verdammt Das sollte helfen Rippa, da Wow Ach, die sind Trommelfeuer bereit Ach, ich hab meine Ulti behalten Okay, ich hab meine Ulti aktiviert Mit Insta gestorben Deswegen hab ich Einen Ausbruch gehabt Ah, alles klar Ich wurde sofort wieder Fracken, alter Häftig Ja Dann Ich spiel besser, alter Komm an so, alter Wow Wow Haha Ich habe mich von Schlimmerem abholzt Mit dem Reap hab ich null Chance Ich glaub ich muss doch den Soldier nehmen Äh Punkt Feindgeschütz gesichtet Ich bin auf Punkt Feindgeschütz neutralisiert Feindgeschütz neutralisiert Nach 60 Sekunden Ich hab einen eingeschläfert Ich hab einen eingeschläfert Knall ihn ab Du musst aber nur das hier bleiben Wow, 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 wow Da kam ein Drachen Hurra, ey, 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 chill, 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 chill Oh Gott, Punkt, Punkt Der Zielpunkt wird angegriffen Alter, nee, du Die kannst du vergessen, alter Ich spiel das Soldier, Junge Jetzt geht ab hier Pass auf Jetzt 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 ist Ende hier im Gelände Heute Heute Ich flipp jetzt aus Boah Soldier, der hat wenigstens mal Lauftempo, alter Der ist ja auch nicht richtig Wow, geht auf den Punkt, geht auf den Punkt Du bist nicht auf den Punkt Doch Hey, wie kannst du den Gegner davon abhalten? Oh, leu, schnitzel, schnitzel Und er mich zerfleddert, der Drecksack Jetzt Mission Beziehungsweise ich hab mich selbst zerfleddert an denen Doch ist die Mission nicht vorbei Ich mach doch kurz Ulti hier Ach, schon wieder Ende Scheiße Also ich komm hier irgendwie noch nicht so ganz klar auf das Game Ah, easy Nerf das Highlight des Spiels Ach Oh, hab ich nicht so schattig durchgehalten Ah Oh, nö, nicht mal Bin ich übers Kalender gekommen Dann der mit seine Ulti und ich mach meine Ulti und verschwende sie für ihn Ja, ich sag, wir bekommst ein Like Dankeschön 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 So, Leute, dann wart jetzt Ja, komm, 16 Minuten, komm, eine geht noch Eine geht da rein Eine geht da rein Eine geht da rein Eine geht da rein Ja Feier Fing die, bitte Ich hab gar keine Ahnung, wo lang Uäh, hier sind schon Gegner, Alter Oh, nö, die haben jetzt weiter Wow, Uäh, hier rechts ist die runtergefallen jetzt ist sie runtergefallen sie ist down come on den haben wir gleich nein ja da ist ein bestchen da ist ein bestchen alle hier kommen ich hab ne ding im gesicht das ist weg aber ich bin sogar nicht weg jawohl ich hab eine ich mag ich hab 4 kills 4 0 jungs äh steht hier drauf ja ich ein schild da hier oh das ist noch besser wohnen kann ich wenn ich tot bin wo ist man holt hier rabotti super heftig du rennst mir zu heftig komm mal ne aber du bist süßes hab sie neffen schweizieren ich bin her hat sie mit geschlossenen augen feiner kommt das reinhard feiner ist in der stone einheit lebt noch einer ich bin betäubt der junge 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 hier hat mich einfach gut checkpoint erreicht alter easy 91 alter was geht das ist eine runde jetzt geht ab hier alter ich sag doch solcher jungen holger warum wird sich geschoben keine moni mehr ich kenne ein bisschen musik an aber die sporn direkt da weiß ich deswegen bin ich ja hier ich habe mich verlaufen ich war in sondern hinter so einer kiste eingesperrt die dumme so wie lange aber dafür habe ich hier richtig robotig gemacht da elf zu zwei jungs was geht noch ist die mission was bin ich denn jetzt auf jeden fall leuchtig ende junge ich bin highlight ohne scheiß ich sag euch das ich habe gewonnen ich sehe elf zu eins alter was da los guck pass auf jetzt super heftig und reinhard und ich bin super jetzt kommt das highlight what the fuck lügen tust du lügen tust du das bist du ja gut ich bin noch nicht mal drin alter was geht ich die ganze so leute das solltet ihr auch tun für die erste runde overwatch ich bin zwar voller lappen aber erste runde aber ein bisschen mitleid der genäude vielen dank fürs zuschauen hallo festhalten ich rede hier vielen dank fürs zuschauen auch drei leute